so ich bin der BNHD und willkommen bei Plexka auf den Kahn wie gesagt es kommt jeden Tag auf den Kahn wie gesagt ich hab die Aufsage bin wie gesagt äh jeden Tag kommt ein neues Video von mir äh und Schöö hat es verduftet oder was hier ja anscheinend ich rede mit mir selber natürlich ist doch kein Problem oder so Krimpest Pool ist gut ist sie gut oder ist sie nicht gut ich weiß es nicht Hallo hallo muss mich noch einladen ich will sonst meine kleine Schrotz seh ein bisschen auf wie er ist noch halt ich kann gleich gesprochen mit mir selber ja das habe ich nicht gehört ja so äh Unterlauf ne das ist so ein bisschen du nimmst ja gerade auf ja natürlich äh ja guck mal gerade unten ok ja da habe ich mir auch so ein bisschen so ein bisschen mit mir selber gelegt so ein bisschen Schakal habe ich jetzt ein bisschen ausgerüstet noch aber ich will gerne mal wissen wie seine andere Waffe ist seine Maschinen Pistole auch geil ist da hat ein Trommellauf komm ich bin machen die wir wussten dann ja ich würde sagen wir rüsten die einfach mal aus und gucken mal wie die ist hast du schon Ash Elites Set gesehen Elites Set ja das kommt dann 2018 erste äh ja das ist das was wir bekommen ne veröffentlicht ach wann war das veröffentlicht am äh das ist wohl Schlange ja ja du kommst den auch bald den Lee Skin für euch Community ähm ach hier meinst du oder was ja ob wie ich sag aber sie ist das eigentlich keine Ahnung hast du mich eingeladen nochmal ja hast du alles gut alles gut ja bleib euch ganz ruhig äh warum äh würdet sich lohnen bei der Waffe äh rot äh Punkt wie sie drauf zu machen weißt du das bei wo ja und einfach auch den Kleinwaffen hast du gemacht und das ist eigentlich gut äh ja ein paar bei Montagna und bei äh ähm bei ja also bei Pist ja ja das lohnt sich ja hab ich da hab ich die bei gemacht ja ok wollen wir ran zocken oder ne erstmal locker und dann ran vielleicht oder ja so wollen wir es machen ja was geht los mal gucken was du krieg ne haben wir denn ja Freizeitfahrer ähm oh ne das hast du ich wir haben ja Gold 1 kein Rang da haben wir was war das mal Hupfer also Gegnerteam natürlich ähm kein Rang Mode ähm ähm Gold 4 Spieler ok ha was haben wir ja Rang für 3 äh äh ne nix 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 oh wir haben nur einen der von der 30 bist du natürlich äh das ist ein leichtes für hinter noch also guck auf mit etwas element nix also das ist sozusagen dein ähm 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 du müsstest ne 0,0 haben oder ähm nein 0,14 oder so ich hab 0,2 achso ja ok 0,2 weißt du es war ähm nochmal hier 10 Sekunden noch es bleiben 5 Sekunden ich fang die bisschen ab jetzt haben den biogefahrgutbehälter nicht gefunden sie versuchen ihn während des angriffs aufzuspüren die gegner haben den biogefahrgutbehälter gefunden alter die kommen man ich hasse die kirche äh da kommt jemand der Turmant da ist noch echt da war noch jemand aber den konnte ich leider sagen nicht äh schlacksen wo waren die nochmal ich sehe keinen rot ich bin so blöd oder ich hab nicht ne rote schlangen weg ja toll wo waren das nochmal keller gell unten Herr Keller ja ja keller kommen sie alter der gegner versucht nicht mehr den behälter zu sichern weiteren zugriff auf den biogefahrgutbehälter verhindern den gegner von der sicherung des biogefahrgutbehälter ab das 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 eigenen trug so bleibt noch ein müll wo ist er ja lasst ihn doch kommen dass ihn doch kommen er muss doch kommen pass aber auf geld das holz die könnte er kann er durch sparen hier lieber innen und gehen hier in die ecke Ja, gute Idee. Ich hau Cam für dich. Ich ihn hier irgendwo sehen kann. Nein, leider. Die Cam hat er kaputt gemacht. Warte. Lass ihn kommen, Herr. Du hast alle Zeit der Welt. Hätte ich. Nur noch 15 Sekunden. Jetzt muss er Druck machen, um reinzukommen. Könntest du ihn hören, vielleicht? Es bleiben noch 5 Sekunden. Oh. Halt's ab. Halt's ab. Er hat's nicht geschafft. Erfunkreiche Mission des eigenen Hubs. Hä? Was hat er denn gemacht? Was für ein Lappen, Alter. Ich bin auch drin, oder was? Okay, nein. Schöner Sieg. Also, schöner Erster. Erverdiener Punkt. Ich hätte ihn auch noch geholt. Ich habe ihn mit Piss weggespüßt. Das war ein Blödsinn. Ja. Naja. Was soll's. Ich werde mein Erster Punkt. Welchen hast du genommen? Elch. 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 Gute Kombi. Elch und Bank. Wir sind beide, glaube ich, schnell Opco Racer. ich kann mich überhaupt hier nicht aussehen also wo ich hinlangen muss weiter gepackt ist halt so eine sache an sich du musst dich halt ein bisschen dran gewöhnen das problem ist ich weiß nicht aber wie ich hier runter kommt die kunden was hast können biogefahr und behälter lokalisieren weiter zu seiner position macht mal lieber kurz in die käme also herrlich kein kaputt gemacht dass keiner wohnen kann so wo bist du denn da gehen wir hier her Achtung ich will hier aufmachen deswegen pass mal Treppe auf oh da sind sie alle hab einen angehittet hab einen angehittet hab einen ich mach mal eine granaten runter mach noch einen runter oder wieder ich mach mal rein ja ja mach ich hab einen angehittet oder irgendwas angehittet oh fuck hallo Termite ich steh mir vor den weg ich komm jetzt runter um der ecke ich hab Schrot so läuft das so läuft das so lobe ich mir das es ist immer eine gute runde bei black sky räum ich richtig ab hier aber na gut ich muss auch sagen das sind ich muss jetzt mal wirklich in den Augen sagen du kannst du gut kürz machen weil die haben echt keine gute spielerfahrung so wie die spielen weil zum beispiel dog hat ich weiß nicht weil der gegner hat dog sich hingelegt auf dem boden obwohl ich back war und hat sagen wir oben hochgeguckt so richtiger ne wir müssen den bio gefahrgut behälter schützen wir müssen den bio gefahrgut behälter schützen so ich geh wieder hoch ja ich lauf auch gleich wieder draußen komm mit ich geh lauf schon dann waller ich nah kommst du mit hoch oder ich lauf ich lauf unten so rum bisschen also ich komm gleich hoch natürlich die gegner konnten den bio gefahrgut behälter nicht finden so das ist klar als ob wir nicht finden konnten wir hatten doch kein mute oder sowas das pass auf ja oh danke danke ich muss ja weg aber weil das wurde mein stammpunkt zu sein gefährdet ich höre einen bin ich oder bist du das ach so ne einer macht sich kaputt ja ja ein hässchen mit meinem süßen mit platziert schick ruhig nice nice ah gut lol das sind wirklich sehr schlechte spieler die gegner haben den bio gefahrgut behälter entdeckt ne wie soll man herkommen ok die füßen sind platziert er hat schon verlassen die prä alles klar wo war der scheiße vorne ähm Eingang vorne also kommen die Eingang vorne ja hm zwei Leute waren da ja das war einer ist in meinem Fall gelatscht ne 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 oh nein nein aber ich hab beide geholt huhuhu der war gut das war wie so ein One-Shop so bapapam naja was weiß komm nicht schaffen die das ja wärs uns peinlich ja wirklich alter ich hab jetzt gut und du und ich haben gute Arbeit geleistet jetzt können sie was machen nur noch ein Gegner übrig nice oh super super ein Gegner das war aber da wo das Ding offen ist aufpassen ein bisschen ja ja die machen beide Seiten ne aber das ist nicht eigentlich ne gute Idee was die machen ja beide Punkte safen das war war wirklich das war die 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 da ist es schaffen wir mich da vielleicht jemanden decke die ja ich höre ich jemand da ist auch da ist auch da ist es hat einen schroter kann durchschießen dicker oh mein gott da haben sie zu gell ja haben zu hau fein nein hau auf Junge hört doch auf macht euch so einen scheiß kein inwohnen oh nein man muss sehen der kommt er kommt was macht er oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh nein ey das kann nicht sein oh nein das ist jetzt echt ne 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 hat er nicht jetzt ohne Witzel hätte einen Plintern mit dem Krugstock erwischt aber nur nicht er Backe Junge aber wir hatten echt ne ne ich will die Karte nehm ich ähm weiß nicht das hast du denn so Twitch oder Twitch? Ja komm ne Twitch du kannst mit dem mitgehen Twitch? Ach ey das war schon so gut eigentlich wie äh ne ne und er verkackt das Junge das war so boah ne guck mal ich hab diese ich hab den einen schon ich hab den einen sogar raus von draußen gehuht ja also so ein rausgebitscht ich hab den einen schon ausgepiekt heißt es ja äh das saß ja nur oben die sind hier aber gut oben glaube ich bist du wie ich gehört da oben ah oben scheiße ja oben ach da sind sie ja ja am Mute haben sie ja ich will das dann schaffen wir 4-4 let's go ich will immer die Kärmschen weg holen ey also sonst werden wir gleich gepflaxst ähm wenn ich komm verlaufe nicht so umstellen weiter bist du da? Och Alter erschreck mich nicht Was? Bist du bei mir? Ja bin aber Deo Bist du bei mir? Ja besser hast du von links auf? Ja ok ich geh vor nach nach da ich suche nach Elektronik da schießt jemand aber das ist mehr gut ja das ist draußen ja ja warte lass mal schauen ok oder so hab ich hab einen angehittet hab auch einen oh fuck den letzten hab ich auch gesehen naja alles ob alter er trifft natürlich mich ne oder so Gegner neutralisiert eigener Druck erfolgreich Perfekt ich hätte einfach mit meiner Schrote reinschießen müssen ich Idiot der hätte ich 9 Kills gehabt naja ja ok mit 8 geb ich mir auch zufrieden haha ich hab 2 Kills und 2 Assassins ist ok ist das für dich ok nice alter komm jetzt Alpha Packs am besten noch so richtige Bologn ja ich sag's noch perfekt alter perfekt alter so muss das laufen 8 Kills Bonus Alpha Pack perfekt alles also zufrieden kann man noch ein bisschen mehr sein ne mach mal kurz auf Pause ich mal achso hast ja oder? ja 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 so Alpha jetzt lass mich mal nicht den Stich gib mir was gutes und komm schaffst du epic oh oh was epic epic warte 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 eine Tarnung eine Tarnung für smoke epic engar sie sieht geil aus sie ist so ne ja sie ist so silberne oh sie sieht gut aus mach ich mal drauf smoke zog ich jetzt nicht so oft aber ist ok kann man machen kann man machen aber echt gibts mir ich sag's smoke immer aber die Tarnung sieht geil aus das ist so ne was wollen wir jetzt machen? ich weiß nicht wollen wir wirklich rangen wollen wir wirklich oder sagst du ja ne lieber nicht rangen ey das ist jetzt die große Entscheidung sag jetzt deine Entscheidung ist dein Stream ja aber du willst ja auch jetzt nicht unbedingt verkacken wenn wir jetzt wirklich das Nude Team bekommen und wir verkacken dann noch dann hast du Problem ich Problem weil ich geh auf ähm Bronze 4 und du dann sind wir eben locker ja dann sind wir locker ohne gutes Team also zu zweit ist halt etwas ich will sagen wir probieren doch einen locker wenn die gut klappt dann auf jeden Fall dann machen wir einen Rang aber sonst nicht oh konsulat mag ich mag ich da weiß ich da kann ich mich jetzt auch noch ausschauen doch nehm ich wieder Buck ich bin jetzt halt echt geil und gern mit Buck ey ich weiß auch nicht ich finde ihn übelst geil mit seiner Schrot und so ich nehm ich zock gern mit Ash ich wär glaub ich der richtige Buckman ich überleg äh ich überleg äh wie viel was für was ich für 20.000 rausgeben würde für den welchen äh also ich würde dir empfehlen ein Ding zu kaufen ähm ich hab Schakal 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 einfach Dingung du musst du halt wissen ob du den magst halt also du hast ja schon ich sehe du hast ja oft schon mal bei mir gesehen wie er so ist also ich finde immer cool wenn man auf den Fußboden gucken kann wo der Dings ist und das ist über uns gell ja unter uns ich bin grad immer verplant die haben den Topper oben nicht zugemacht da ist die haben den Topper oben nicht aufgemacht kommst du mit mir mit dass ich so ein bisschen gesaved bin wenn ich oben in den Topper reingehe warte ich geh mit Turmalt rein komm hinterher da kommt einer da alles klar danke Turmalt an dich danke ohne Witz ist er geistig zurückgeblieben ich guck dir zu warte auf ja das einstellen nur noch ein Gegner übrig wenn der um den Deckel kommt äh glaub ich nicht da muss irgendwo irgendwo ja oder so der war gar nicht drinnen war ja anfällt war nicht drüber ok man kann doch mal ausrufen gehen aber du wirst es nicht jetzt kommt es aber eine Verteidigung ich konnte deswegen ich glaube man keine Kids machen ey das ist so belastend ich will nicht gerade wenn man verteidigen weil es kam halt wie viel hoch geraten ne ich habe den vollen Beschuss gehabt und dann auf einmal mal vor hinten tot danke häufig kam mal im Büro weil da hab ich auch keine Stelle wo man welche weg holen kann bitte büro 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 dwarikadiert oh ne aber und damit hab ich da hab ich letzten übelst da war man halt zu dritt und die zu fünf und ich habe mich halt als Jäger hier versteckt gehabt hier so und habe die einen weggeholt, das ist nice, da habe ich sogar Stream gemacht wäre auch immer das von draußen, kann man da dran machen, ne natürlich nicht, wäre auch dumm gewesen es bleiben zehn Sekunden es bleiben fünf Sekunden die Gegner haben den Video-Gefahrgut-Behälter lokalisiert gucci gang, gucci gang, gucci gang, gucci gang hallo hallo ich bin mit rein komm rein mach mal ein Bild dazu ich schau mal äh, ich habe kein Dings mehr nein, einfach nur mal die Barrikade da eine normale Barrikade einfach alles klar, als ob den weg holen aha als ob was macht man das dann da kannst du alles rausschießen aber eh bam bam ich wär auch einen ich wär auch einen komm andere Seite rein komm andere Seite rein echt kommt ah, wir hätten Bocken bleiben können ich komm andere Seite rein ich komm andere Seite rein wir mitschießen, geh weg Aua, darf hör auf ey, hör auf wo sind die wo noch ein Gegner was seid ihr verpasst was seid ihr verpasst oder nehmt eure Kissen nicht weg dann möcht ich euch töten hä wo der ist an der Hauswand draußen an dir ein Fenster da da wo du die Treppe hoch gehst das ist bei den Gitter oben oben ja ach, hier der ist krass der ist da ist er ich hör ihn ich hör ihn hier ist er, ja ja, da war er aber jetzt bestimmt jetzt irgendwo läuft er hier rum weil mir siehst du aus, ob du hängst ne, eigentlich also mein Ping ist halt 200 aber das läuft weil also ich hab ne Idee wo ich den vielleicht wegholen könnte nach diesem mit Abrichtung oder so ich hab keinen Kiss gemacht ich hab keinen Kiss gemacht oder so weißt du ich hab keinen Kiss was ist nicht was ist denn mit den Leuten los hier was ist denn mit den Leuten los ähm ich hab einen ne auch nicht ich hab null Kiss gemacht ich hab nur ich auch weil die anderen alles wegnehmen geier Ich will nicht ein Kilmer haben oder so, weißt du? Würde mir das schon reichen, oder? Ich klau immer alles. Bist du gut? Ey, back. Ich back rum jetzt. Den guten Behälter lokalisieren. Die sind bestimmt wieder im Keller. Oh ja, dann kann ich die diesmal noch holen. Und jetzt hier nicht, wenn die wieder Termine kommen, ich abschieße. Dann töne ich den. Gut, wir haben doch gemusst. Keller? Ja. Bitte nicht abschieße. Nicht abschieße. Ach, hier sind sie diesmal. Ah, die Hupensäle. Fuck. Oh, das ist geil. Die da wegzuholen. Ja, da bist du. Oh, jetzt hör mal. Verpiss dich von mir, Alter. Sonst geb ich dir wirklich ne Kugel. Ich dachte, kann ich dir nichts garantieren. Mach auf. In hier. Ja, geh ich rein, oder? Ah, ich klau immer ne Idee. Ich klau immer ne Idee. Ich klau immer ne Idee. Neutralisieren. Hä? Was macht er denn? Oh. Oh. Ey. Als ob, Junge. Wasch dich. Den Aufsichern und den Biobehälter schützen. Ein Gegner verbleibt. Ja, ja. Hast du wenig nen Kugel? Hä? Hä? Ja, hast du. Ich hab zwei Assister. Alles klar. Okay, gut. Gute Arbeit. Der Biobehälter ist gesichert. So'n Keck. Schöner Marge-Doser-Sieg. Dann bin ich zweiter. Na mein. Ein Schummler. Ey. Was bist du für ein Schummler? Ah, immer noch kein Eiferpack. Bahn. Ähm. Lass. Mach mal jetzt. Warte. So. Okay. Ah, ja. Komm. Rang. Eine Runde. Probier mal jetzt. Mal sehen, was raus wird. Ich denk mal, wir sind bereit. Abzusteigen. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh. Was haben wir? Oh, nee. Auch die Scheiß-Map. Auch noch die Scheiß-Map. Komm, zieck dich. Alter, das kann nicht sein. Halt's Maul. Das kann nicht. Nee. Kann nicht angehen. Mann. Nee. Ich hör auf. Alles klar. Das ist ein 154er. Alles klar. Nee. Es hat... Ey, es macht... Ey, nee. Es macht keinen Spaß, ne. Muss ich ganz ehrlich sagen. T-Zimmer. Ich sag T-Zimmer. Ich sag T-Zimmer. Ich muss mal schauen. 154er. Was haben wir hier? 60er. Ja, in dem Kap-Karten. 119er. Noch genau. 78er. 83er. Ja, komm mal. Halt dein Maul, Alter. Was kriegen wir bitte für Gegner? Das kann sich nicht angehen. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Oh. Ich hab schon wieder keinen Bock mehr. Ripp-Rang. 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 Du pisst dich jetzt, Alter. Sorry. Also, ne, das sag ich gar nicht. Das war hier. Die Teils. Ripp-Rang. Ja, wo ist denn die? Ja, ich muss nochmal. Weiß ich nicht. Ich geh jetzt aber... Hey, warum ist einer schon droht? Ah ja, nö. Was ist das bitte für eine Rang-Gruppe hier? Das bringt nichts mehr. Ja. Nein, nein. Seid mal nicht so optimistisch. Ich mache das. Wir könnten noch was rausholen. Seid ganz ruhig. Jo, einer ist an den Fall reingelatscht. Grätscharf gemacht. Klima ohne eins. Mann verstärkt. Wo? Hä? Genau. Wo war er? Mann. So, ne, zwischen. Ist nicht. Scheiß, Mann. Ey, ohne Witz. Ich bin nie wieder ran. Ist sowas bindungs- ist. Was für Gegner bekommt. Ungebar. Hä? Alles klar! Ach, der Twitch man, der hohen Zohn. No. Digga, was haben wir bitte für... Mainz. Achso, wenn du fragst, warum der eine tot ist. Was? Warte. Was? Warum du fragst, warum der eine tot ist. Er wurde getötet von Cavera, also von unserem eigenen Team. Digga, was ist das? Alter. Wir verlieren. Ja, verlieren wir auch. Toll. Kupfer. Oh, Mann. Bronze. Hier, ich komme, Alter. Kann doch nur besser werden. Oh Mann, ey. Ohne bis die Laune ist schon wieder so ein Keller. So ein Dummer. Ey. Was sind das für Mains? Ich geh kaputt. Was ist das? Ja, ich haug mich da auch langsam. Ich krieg auch übel scheiß Spieler. So. Das sind so die Assoziats-Mains, die ich je gesehen habe. Ohne nichts. Wenn ihr das Video von mir aus guckt, ist mir auch scheißegal. Ist ein Scheiß, Alter. Kauft euch ein neues Leben. Ich hab gesagt, ich scheiß auf euch. Nein. Ich hab gesagt, die sind scheiße. Das sind so richtige Lappeln. Alles klar ist auf dem Being. Sehr schön. Der Bio-Gefahrgut-Behälter wo wir beim Altaen sind. Der Bio-Gefahrgut-Behälter wo promett sich. Es sind nicht alle im Raum, manche sind draußen, nur dass ich Bescheid weiß. Und schon Karl und Kapitao machen irgendwelche komische Spielchen hier. Die haben sich sozusagen angebumpst. Waren sie sogar. Okay, nice. Wir sind alle an einer Stelle, das kotzt mich schon wieder an. Lass dich vorgehen, lass dich vorgehen. Hey, hallo. Wir sind alle an einer Stelle. Alter. Ich lebe hier. Ich lebe hier. Ich lebe hier tot. Scheiß Mensch. Eigener Druck getötet. Was willst du da machen, Alter? Was willst du da machen? Ey. Am besten würde ich jetzt quitten, aber da kriege ich vielleicht noch einen Bun oder so. Nee. Ach, Mann. Halt doch einfach dein Maul. Ich möchte mal Smoke spielen, danke. Um mal die neue Dings dir zu zeigen. Nee. T-Zimmer will ich nicht mehr. Ich will, du musst mal auswählen. Was ist denn, du? Schau dir den Mann an. Eih, oder? Was ist denn, du? Schau dir den Mann an. Gefahrgutbehälter lokalisiert. Aua. Die Wand ist befestigt. Als ob ich die Füllstuhe nicht treffe. Hey, bin ich geistig? Wann sie rein wollen? Ja, das treffe ich. Aber die Schell. Das willst du nur nicht. Da ist er. Ey. Das ist der Sender. Ja, sorry. Das müssen wir nicht wegmachen. Ach, die beiden. Willkommen smarte eingesetzt. Kamera weg. Das ist mein Platz. Ich bin einfach etwas Elberler. Von wo? Ja, verrat unser Besten. Oh, ey. es kann nicht sein du hast keine chance gegen so welche leute man schakal noch mal mit der ehrenwaffe ehrenwaffe was sind wir denn hier so was dummes richtige assis eigentlich ganz ehrlich bin da ich werde noch glaube ich fragen mit zu viert oder bis zu dritt leuten spielen zu zweit auch gar kein lang mehr zu machen weil es einfach nur welche asozialen leute sind ohne nütz was ist mit den leuten nur erst der ist auch der herr ist wirklich noch korrekt bleibt wenig noch in der runde drin und die anderen zwei die sind alle hier unten verpissen sich ne wo oben sind die noch 5 sekunden und denn hier oben hier oben und denn hier oben ist ja auch andere im weg ne jein ich will schon wieder nicht hier lieber mal hier lang guck mal ich habe keine bock da also mit mehr oder mehr ich gehe mal mit der switchzone durch ich gehe vor ja hier sind welche da ist noch zu warte ich guck sag mir bitte schon wo wenn wir hier da sind kommt einer kommt einer ja warte mal links äh und der links war einer der ist jetzt weg weg da ist er haben alles klar sag mir wenn einfach noch einer da ist noch einer da ja ist er noch ist er da noch guck da nein 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 der kommt hier von woanders von rechts und von links kommt von irgendwo an was guck mal bitte wenn 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 ja ich guck das schon warte mal ich hole ihn von wo kommt der ich weiß es nicht ja wo ist denn er ist einmal rumgelaufen habe ich gesehen kommst du mit runter wo wir müssen rein eigentlich ja wir müssen rein ja komm runter warte ja ich lauf vor ich lauf vor ich lauf vor ich lauf vor wo waren die doch mal die waren ganz unten dicker oder ne komm von wo wo diga werden wir nur 5 sekunden Zeit ja alter zehn sekunden übrig alle von links wo sind sie nur noch einer vom eigenen truppen in den raum mann er hat hier gefahrgut behälter nicht rechtzeitig gesichert mission gescheitert hast du dich was willst du da machen bitte ist asozial sowas behindertes alter ja komm los zack Bronze 4 wollte ich immer mal erreichen ohne Witz naja so ok ich hoffe einfach die Folge hat der Straße gefallen wir sehen uns der Fall wie hat der erste Fall nächste Folge am Anfang war es eigentlich ganz gut mal kurz so ein Scheiß raus na egal lass dich davon nicht bye bye ciao wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder wir sehen uns bei der nächsten Folge wir sehen uns bei der nächsten Folge